Okay, Wolf. Sie wollten sie um jeden Preis ausschalten. Was ist es, worüber Sie nicht sprechen sollen? Ich sollte etwas für Bertrand entwickeln. Ein Gerät, das unsere Probleme lösen sollte. Die Explosionskerne waren nur der Anfang. Wir lassen nicht zu, dass Dr. Wolf die Seite bestellt. Nein, nein, nein! Stopp! Der Schmerz beim Aufprallen war wie ein kleiner Tod. Ich konnte nichts tun, als die Milizkur wegtrug, aber wenigstens lebt sie. Wolf. Er war tot. Und ohne ihn, der mich zu den Explosionskernen führt, bin ich auch bald dran. Mann, im Moment könnte ich kaum mit den Gully krabbeln. Dieses Ding aus Empire City. Ich fühle es. Es wird mich holen. Jetzt kann ich mich nicht wehren. Okay, wir haben Wolf verloren. Die Lage verschlimmert sich. Aber wir bekommen eine neue Fähigkeit. Und neue Granaten. Müssen wir gleich mal lernen. Cool. Bist du da? Ja. Was ist denn passiert? Die Miliz hat Kur. Und Wolf ist tot. Tot? Hör mal, Mann. Mir ist momentan nicht nach Reden. Ich. Bis später. Okay, gehen wir mal hier rein. So. Den hier erlernen wir. Und wir schauen noch hier drüben. Was können wir hier ein neues bei den Granaten mitnehmen? Die Haftgranaten. Alles klar. Nehmen wir mit. Wieder ein bisschen was erlernt. Gehen wir auch gleich mal hier rein. Und wählen hier schon drin. Und hier unten Haftgranaten auch schon drin. Sehr gut. So, die nächste Mission. Wo finden wir die nächste Mission? Da drüben könnte ich wieder so eine Bombe entschärfen. Und wir sollten uns beeilen. Aus dem Weg. Der Retter kommt. Und noch ein paar Menschen retten. Okay, gute Neuigkeiten von Sieg. Da bin ich ja mal gespannt. Denn normalerweise hat er ja immer schlechte. Okay, wer nervt hier rum? Die da oben. Die da oben wollen ihre Spiele spielen. Aber ich habe keine Zeit. Andererseits hier drüben könnten wir auch jemanden retten. Und jemanden retten finde ich eigentlich immer ganz gut. Okay, gehen wir zu Sieg. Wir finden so viele Scherben. Wow. Hatte ich eben gerade meinen Blitz drin? Alpha? Ja. Ich habe eben gerade gar keinen Unterschied gemerkt. Also in meinen Augen war das eben noch genauso wie sonst immer auch. Moment, wir feuern nochmal. Hier sieht man es. Ah, ich denke mal, die kommen weiter. Ja, ja. Die kommen viel, viel weiter. Ja. Nochmal eine Bombe. Na gut, schnell hinrennen. Nein, nein, nein. Finger weg. Sowas können nur wir. Wir rennen jeden um. Keine Zeit. Keine Zeit. Ich habe wichtige, wichtige Pläne. Sehr wichtige Pläne. Eine Nebenmission. Was zur Hölle? Was zur Hölle ist hier los? Ein Hinterhalt? Warum? Was habe ich getan? Normalerweise sollten die Leute hier mich feiern. Ich bin der große Retter. Okay, machen wir die Nebenmission. Okay, machen wir. Meine. Also man sieht schon, die Nebenmissionen sind viel, viel besser als im ersten Teil. Was ist denn hier los? Alles Feinde? Jetzt wirklich alles Feinde hier. Ja, scheinen alles Feinde zu sein. Irgendwelche Freaks. Anspruchsvoller Geschmack. Abflug. Abflug. Granate hier drüben hin. Magnum Blitz. Neuer Blitz. Unbedingt ausprobieren. Kann es sein, dass es hier wirklich kein Ende nimmt? Ich habe keine Energie. Zu viel Energie ausgegeben. Und putz. Ein bisschen rumprügeln. So. Zwei noch am Leben. Sie werfen mit Dreck. Und hauen zu. Wow, 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 wow. Okay, wieder eine Nebenmission. Und wieder hätten wir ein kleines Gebietchen hier freigespielt. Magnum. Könnten wir sogar lernen. Schauen wir mal rein. Moment, das war hier drüben. Der Magnum. Wo finden wir den? Den finden wir hier drin. Bin ich ja mal gespannt. Der müsste ja ziemlich cool sein. Oh, yes. Langsamer und kostet Energie. Okay, jetzt aber. Ich will die Story-Mission machen. Hier oben wäre noch eine Nebenmission. Leben retten. Zu spät. Wir haben viel Blut verloren. Es geht wieder los. Oh nein, da bin ich weg. Also die Bombe hier, die nehmen wir noch mit. Aber das andere ist mir ein bisschen zu stressig. Und natürlich, alle wollen mich. Da fliehen wir nach oben. Und nehmen noch eine Scherbe mit. Die Hälfte hätten wir schon wieder. Sieg! Was geht denn, Alter? Was willst du, Sieg? Kopf hoch, Mann. Wir haben doch schon weit Schlimmeres durchgemacht. Und wir packen's immer. Es packen? Wirklich? Meinst du, das, was wir in Empire City getan haben, war es packen? Die Bestie wollte mich, Sieg. Ich sollte das Monster besiegen und habe versagt. Und Wolf, der Einzige, der mir helfen könnte, ist tot. Komm schon, wir. Wir haben doch noch den SFI. Der ist doch nutzlos ohne Explosionskarne. Wo kriegen wir die her? Ich weiß nicht. Noch nicht. Aber ich, ich arbeite dran. Was machst du mit dem Fernglass, Sieg? Schaust du einem Mädchen beim Duschen zu? Sehr witzig. Ich glaube, ich habe Co. Eine Frau ist dem Lynch-Mob entkommen und im Sumpf verschwunden. Versteckt sich wahrscheinlich in einer der vielen Schmugglerhütten dort. Okay. Ich überprüfe das. Danke mal. Gute Arbeit. Okay, Sieg. Kann doch irgendwas. Nee, Mann. Die sind auf meiner Seite. Immer weitermachen. Immer weitermachen. Absoluter Fan davon. Aber hier oben ist noch eine Scherbe. Und die hätte ich ganz gerne. Wenn wir denn rankommen. Na, Mist. Komm schon. Bleib kleben. Bleib doch einfach hier hängen. Genau so. Und jetzt. Ich komme hier nicht nach oben. Kaum zu glauben. Dann müssen wir eben die Leiter nehmen. Eine Leiter, Mann. Ich, Cole, muss eine Leiter nehmen. Peinlich. So, wo ist meine Scherbe hier drüben? Okay, gehen wir in die Sümpfe. Jede Menge Wasser. Genau das, was ich will. Boah. Hui. Krokodile? Hey, Cole. Bist du hier? Cole. Noch mehr Hütten. Die lieben ihren schwarzgebrannten. Alles klar. Irgendwelche Krokodil, was weiß ich, Monster. Die explodieren. Wir sollten rennen. Und Energie mitnehmen. Ich bin tot. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Irgendwo hier rennen noch zwei mindestens rum. So, kein Problem. Die nächste Hütte. Wo finden wir sie? Ich bin's. Ganz recht. Renn, 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 renn. Weg mit dir. Liegen bleiben. Shut up. Und machen Abflug. Hübsches Plätzchen, um Schnaps zu brennen. Ja, es ist Yankee. Okay, Bane. Der hält eine Menge aus. Aber irgendwie killen wir ihn auch. Ich bekomme Kugeln ab. Und dann noch die Dinger. Boah. Hauen die rein. Was für eine Schelle. Okay, die locken wir zu denen hier. Die können sich hier schön gegenseitig killen. Alle wollen mich. Alle wollen mich. Jungs, übernehmt. Nein. Der eine hat den Raketenwerfer. Und wir landen wo genau? Na, wir landen hier. Krass, wie viele Gegner hier kommen. Okay, diesmal läuft. Sieht auf jeden Fall gut aus. Der Typ mit dem Raketenwerfer, den wehen wir davon. Genauso wie den hier oben. Du bist immer noch am Leben. Kaum zu glauben. No, 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 no. Weiderbomb. Weiderbomb. Und ich wette, hier war sie drin. Okay, rennen wir los. Okay, rennen wir los. Können wir noch Energie mitnehmen? Sehr gut. Sehr gut. Alles klar. Irgendjemand ist hier. Ja. Ja. Woher hast du das? Von einem dieser Idioten. Ich fand's irgendwie hübsch. Wieso? Fällt's dir auf? Ja, und... Ah, es ist dein. Du musst nur mit mir ein paar von der Miliz erledigen. Klar, du siehst auch aus, als ob du unbedingt Hilfe brauchen würdest. Ich brauche keine Hilfe. Ich will bloß etwas Gesellschaft. Ich heiße Nix. Okay, Nix. Nach dir. Okay. Äh, das kann ich nicht. Da ist mein Miliz-Lynchma. Äh, das kann ich nicht. Aber die Fähigkeit hier mit dem Rauch, das ist die Fähigkeit von dem neuen Helden aus Second Sundern. Ich hab ein Date. Ein sehr merkwürdiges Date. Und wir müssen nach oben. Will mal eben. Keiner schaut nach oben. Wir kennen den Spruch. Warte mal. Hier sollte schon wieder eine Scherbe in der Nähe sein. Und hier seh ich was nach oben. Ihr habt eine Scherbe. Zwölf. Oh ja, das werden wir. Ich bin jetzt schon Fan. Wow. Kranker Shit.